Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Donnerstag, 23.40 Uhr. Tomate, du, ich habe ein Problem. Schau dir mal bitte meine Pflanzen an. Ich habe genau nach Düngeschema gedüngt und jetzt sehen meine Pflanzen so aus. Was soll ich machen? Ich habe alles genau so gemacht, wie man es machen soll. Das kommt euch bekannt vor? Täglich bekomme ich einen Haufen Anfragen wie diese, bis ich die ganzen Gemeinsamkeiten dieser Nachrichten entdeckte. Genau nach Düngeschema. Bevor wir aber richtig ins Video rein starten, ihr wisst, billige Eigenwerbung. Wer noch einen Vaporizer sucht in der Black Week, der soll mal auf unserem Shop vorbeischauen. Da gibt es aktuell die günstigsten Angebote für Storz- und Bickel Vaporizer in ganz Deutschland. Also wer noch günstig einen snacken möchte, soll mal vorbeischauen. So, weiter geht's. Was sind Düngeschema? Düngeschema sind Dosierungsempfehlungen, nach denen man den Dünger einsetzt. Angegeben wird meist die Düngemenge pro 10 Liter Gießwasser, aber das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Diese Angaben sollen ein Richtwert sein, dass man sich eine Vorstellung davon machen kann, wie man den Dünger einzusetzen hat. Mal eine kleine Visualisierung, um das Wieso dahinter zu erklären. Der Hersteller steckt hierbei in einer kleinen Zwickmühle. Dieser möchte natürlich möglichst viel Dünger verkaufen. Das tut er, indem man möglichst viel von diesem verwendet. Daher sind Düngeschemen im Allgemeinen sehr großzügig angesetzt, weshalb man mit mineralischen Düngern zum Start mit 40 bis 50 Prozent des Düngeschemas anfangen sollte. Sobald man einen leichten Mangel bei der Pflanze sieht, würde man direkt starten mit 100 Prozent nach Schema, sorgt man in den meisten Fällen dafür, dass man seine Pflanze heillos überdüngt und die Pflanze somit stark schädigt. In dem Fall wirkt der Dünger nicht zur Ertragssteigerung, sondern zur drastischen Ertragsminderung. Dazu kommen Faktoren, die der Hersteller gar nicht mit in seinem Schema abdecken kann. Wie viel Liter Substrat befindet sich in den Töpfen? Welche Beleuchtung wird vom Grower eingesetzt? Wie hoch ist die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit? Wie genau manipuliert der Pflanzenzüchter die Pflanze, um mehr Biomasse zu bilden? Siehe Topping, Lollipopping, Screen of Green, Sea of Green etc. Ihr merkt, jeder Grower, aber auch jede Pflanze kann sehr individuell sein und daher ist gar kein allgemeingültiges Schema ohne Anpassungen möglich. Schemen sind eine gute Sache, um eine grundlegende Idee zu bekommen, wie stark der Dünger ist und in welchen Zeiträumen man ihn einzusetzen hat. Aber man sollte sich nie allein darauf verlassen. Der Indikator für die richtige Düngemenge ist und bleibt eure Pflanze, denn ihr soll es gut gehen und nicht dem Düngemittelhersteller. Das soll es schon gewesen sein zum Thema Düngeschemen. Ich blende euch hier nochmal ein kleines Beispiel ein von einem Hersteller, der es heillos übertrieben hat mit den Angaben. Und wer es sich traut, kann diese Angaben mal gerne probieren und feststellen, dass das nicht funktioniert. In keinem Fall. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Schaut mal im Shop vorbei und bis dahin. Ciao.